Die Musik Genug gelallt und Schatzi schenk mir ein Foto Schatzi schenk mir ein Foto Dann schenk ich dir auch eins von mir Volade, Schamhaare, hey du, ich pinkel wie du, Belizec, da kann ich nichts suchen sein. Ich muss jetzt erstmal die Gelegenheit hier nutzen und ich möchte mich bei allen Frauen aus Lüdenscheid heute Abend bedanken, die mir in den letzten Wochen die Stange gehalten haben. Dankeschön. Denk dran, hältst du, ist nicht alles Lübsamt geblasen, hier. Klasse, die verarscht hier. Oh, das war schon wieder unanständig. Das schneiden wir nachher einfach gleich raus. Aber ich hab heute Abend für euch noch sehr, sehr viele geile Songs in den Quatsch. Ich muss erstmal sagen, ich hab ne gute Nachricht für euch und ne schlechte Nachricht für euch. Zuerst die gute Nachricht, ich hab heute noch sehr, sehr viele geile Songs im Programm, die ihr alle kennt. Kennt ihr alle? So, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Michael Wendler kann heute Abend leider nicht hier sein. Ah egal, stattdessen gehen wir nochmal schön nach Mallorca. Wie gesagt, letztes Jahr Cindy aus Marzahn kennengelernt und richtig schön gesoffen. Ich war nachher so voll, ich war so voll wie ein Puff an Heiligabend, um es genau auszudrücken. Und ich gehe nachher schön nach meinem Hotelzimmer, denke an nichts Schlimmes, wer liegt in meinem Bett? Cindy aus Marzahn. Und jetzt haltet euch fest, sie hatte nur noch Schuhe an!